hallo und willkommen zurück bei Marie Salon de Livre heute geht es um ein Resümee für das erste halbjahr 2022 die rache des SubLight dazu habe ich auch schon was vorbereitet nämlich meine Sparbüchse und Kleingeld beziehungsweise Geld weil ich denke mal oder ich bin ganz sicher es wird klingeln in meiner Büchse und deswegen bleibt dabei und schaut was denn genau in meine Sparkasse fallen wird die rache des SubLight warum heißt es denn überhaupt Light wie ihr sicherlich wisst habe ich mit den Videos Neuzugängen erst im Januar 2021 begonnen sprich alles was davor ist irgendwie so ein bisschen im Grauen beziehungsweise 2020 und 2019 kann ich anhand meiner Kundendaten in meiner Lieblingsbuchhandlung zu 100% nachvollziehen davor wird es ein bisschen schwammig aber ich habe dann beschlossen okay ich fange locker flockig an und gehe dann in die richtigen Jahre wirklich erst bis ich später und 2017 und 2018 konnte ich anhand meiner Bestellungen nachvollziehen was ich gekauft habe und ja und dann natürlich feststellen habe ich es gelesen habe ich es nicht gelesen und somit kommt die rache des SubLight zustande und natürlich gibt es auch eine Strafe einen Strafzoll für Bücher die immer noch nicht gelesen sind Taschenbücher 2 Euro Brochures 3 Euro und Hardcover 5 Euro nun denn beginnen wir mit dem Januar 2017 2018 und da ist tatsächlich eines noch immer nicht gelesen und ich gebe es jetzt zu wahrscheinlich war der Autor die treibende Kraft dass ich als alles was mein kleiner Sohn über die Welt wissen muss von Frederick Backmann bei mir eingezogen ist worum geht es denn ja das muss ich euch vorlesen weil wie gesagt noch immer nicht gelesen ich bitte dich um Entschuldigung für alles was ich in den kommenden 18 Jahren tun werde für alles was ich versäumen werde alles was ich nicht verstehe für all die Situationen in denen ich dir schrecklich peinlich bin alle Ferienlager bei denen ich mich freiwillig als Helfer melde alle Freundinnen die du niemals zum Essen mit nach Hause bringst dafür dass ich meinen Mama lag falsch Papa hatte Rechthans vor anderen Leuten aufhöre für das eine mal wenn deine Schule alle Eltern zu einem Brennballturnier einlädt und ich die Sache ein klitzekleines bisschen zu ernst nehme und für mein T-Shirt mit der Aufschrift echte Männer wiegen über 90 Kilo ich selbst habe ja keine Kinder aber ich finde solche nennen wir es einmal Briefe oder solche kleinen Hinweise einfach immer wahnsinnig sympathisch und und Frederick Backmann hat ja auch eine tolle Art zu schreiben er begeistert mich immer wieder und ja natürlich ist das ein Buch das bei mir damals einziehen musste es ist ja auch nicht sehr dick aber wie gesagt es ist leider immer noch ungelesen bei mir am Ende dann im Februar hat es dann eine Nullnummer gegeben mit einem Happy Dance im März hat dann die Rache des Sub tatsächlich zugeschlagen mit einem Buch das wirklich lang schon bei mir gelesen ist ein Hardcover und zwar Kampf um Demora Teil 1 Vertrauen und Verrat von Aaron Beatty ich habe jetzt tatsächlich noch mal nachlesen müssen wie diese Serie heißt ich finde das total doof dass das nirgends steht höchstens dass da auch nicht einsteht oder so also das könnte man als verpflichtend da irgendwie hinterlegen das Buch habe ich aber im April gelesen gemeinsam mit dem Kanal Bukopolis da haben wir uns dran gewagt und ich war ausgesprochen überrascht wie gut es mir doch gefallen hat es geht in dem Fall in dem Buch um Sage Sage ist im heiratsfähigen Alter sie will aber nicht heiraten und kommt dann zur Kupplerin um verkuppelt zu werden und sie vermisst das ganze beziehungsweise torpediert das ganze und landet dann als Lehrling bei dieser Kupplerin und lernt dann all die Frauen kennen die unbedingt verheiratet werden sollen und natürlich auch eventuelle Kandidaten dass sie da in ein Wespennest sticht rund um Spionage um Verrat und Vertrauen Loyalität und alles was da dazugehört hätte sie natürlich nicht gedacht und ich kann sagen es hat mir wirklich gut gefallen ich wollte Teil 2 und Teil 3 sofort hinterher lesen und was glaubt ihr genau ich habe es noch nicht gemacht aber dieses Buch ist auf jeden Fall von der Rache des Zug befreit und kommt jetzt ins Regal darf da warten bis Teil 2 und Teil 3 doch noch dazu gestellt werden im April hat dann tatsächlich die Rache noch einmal zugeschlagen es ist unfassbar und zwar mit Antonia Michaelis und Paradies für alle und es ist immer noch ungelesen und ich verstehe einfach nicht warum weil es klingt dermaßen reizend entzückend traurig emotional ich lese euch den Klappentext vor das Paradies ist machbar glaubt der neunjährige David man muss nur das Geld ein wenig umverteilen oder die Kühe von nebenan freilassen die noch nie auf der Weide waren dass David begonnen hat seine wilden Pläne in die Tat umzusetzen erfährt seine Mutter Lovis erst als er nach einem Unfall im Koma liegt sie findet seine Aufzeichnungen und beginnt zu kämpfen um ihren Sohn um ihre zerrüttete Ehe und um das Paradies für alle Antonia Michaelis schreibt auffüllende Geschichten die mit der Realität vor ihrer Hausdauer spielen Die Zeit Sie wird mir ja immer wieder empfohlen nicht nur mit diesem Buch aber dieses ist nun mal bei mir gelandet und es ist immer noch da Es ist auf meiner Fünf-Sterne-Prognoseliste gelandet für das Jahr 2022 und es ist immer noch ungelesen Also Es ist ein Taschenbuch Ja, es ist ein Taschenbuch Somit auch das ist ein Buch für die Rache des Sohn Gut Nicht gut, aber gut Im Mai gab es dann wieder den Happy Dance Das ist nicht der Vater hatte Recht und Mutter lag falsch an Sondern der Happy Dance Und im Juni The Same Happy Dance Ich bin also ganz stolz Im Grunde genommen sind drei Bücher eingezogen und zwei davon ziehe ich noch mit bis zum Ende des Jahres zumindest In der Hoffnung, dass ich sie lesen werde Sprich, ich habe hier meine Spardose Somit haben wir zwei Bücher für die Rache des Sub Einmal aus dem Januar mit Alles, was mein kleiner Sohn über die Welt missen muss Von Frederik Backmann Und Antonia Michaelis Paradies für alle Es ist ja noch ein wirklich schönes Cover Sehr, sehr gelungen Nun denn Wir haben also zwei Bücher Zwei Taschenbücher Somit gibt es jetzt ein Galinkring Schauen wir mal, ob ich einen Einen dementsprechenden Ton So Geld fällt oder so Irgendwo generieren kann Hier ist meine Sparbüchse Da habe ich mal Geld Einen Euro Noch einen Euro für Frederik Backmann Und da habe ich dann zwei Euro für Antonia Michaelis Paradies für alle Der da nicht hinein passt Interessant Ich kann hier keine zwei Euro Münze hinein geben Na denn Müssen wir wohl oder übel aufsperren Ich habe jetzt tatsächlich geöffnet Juhu Es hat jetzt einige Zeit gedauert Aber es ist offen Zwei Euro Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt Aber die Lisa hat mir das zum Geburtstag geschenkt Mit jeder Menge Konfetti drin Beziehungsweise Und das liegt immer noch drin Also die zwei Euro klappern jetzt auch da Ich verschließe es wieder Und werde es natürlich auch wieder zumachen Und bis zum nächsten Mal aufbewahren Gut, das war also die Rache des Sublight Fürs erste Halbjahr 2022 Natürlich gibt es für die restlichen Monate auch Die Rache des Sublight Klaro Und selbst für den September Der kommt recht bald Da gibt es ein Video Und mal sehen, wie da das Ganze ausgehen wird Am Ende des Jahres Ich freue mich schon Und weil es wieder das Ende ist Gibt es natürlich auch die drei guten Dinge des Tages Erstens Morgen darf ich wieder zur Maniküre Und zur Pediküre Zur Fußpflege gehen Ich mag das ja sehr gern Weil da Manche mögen das gar nicht Und ich bin ein absoluter Fan davon Also ich habe das sehr gern Weil die Damen dort sehr sehr freundlich sind Und ich gern da bei ihnen bin Und da sind dann eineinhalb Stunden vorbei Und dann wird viel gelacht Wir haben es immer sehr lustig Und das mag ich irrsinnig gern Zweites gutes Ding des Tages ist Bei uns gibt es in Tirol Zwetschgen Ich weiß nicht, ob ihr das Wort kennt Bei uns im deutschsprachigen Raum nennt man das Pflaumen Bei uns heißt es Zwetschgen Und der Herbst ist voll mit Stanzerzwetschgen Und die gibt es jetzt gerade überall zu kaufen Und die sind so super gut Die sind einfach zu schade Um sie als Kuchen enden zu lassen oder so Da könnte ich mich im Herbst wirklich dumm und dusselig essen Es ist einfach so Das sind im Herbst definitiv meine Lieblingsfrüchte Und das dritte gute Ding des Tages Und jetzt werden mich alle für verrückt erklären Ich habe einen Adventskalender bestellt Ja, ich wollte unbedingt diesen speziellen Und ich weiß, dass der total schnell immer ausverkauft ist Deswegen habe ich sofort zugeschlagen Und den zeige ich euch dann im Dezember So lange müsst ihr euch gedulden Und ich bin total gespannt, wie er dann ausschauen wird Und ich freue mich irrsinnig drauf Und abschließend wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag Eine tolle Woche Lasst es euch gut gehen Bitte bleibt gesund Und sucht auch guten Lesestoff Bis bald Bis bald Bis bald Bis bald